Ich möchte mal am Montagmorgen weiter schlafen, wenn alle, alle anderen aufstehen müssen. Ich möchte mal am Montagmorgen nicht arbeiten, wenn alle, alle anderen krampfen. Das wär mein Traum, am Montagmorgen weiter zu träumen, die finden Küsse vor meinem weichen Bett. Ich wär im Montagmorgen Traum dann irgendwann mehr, wo's keine Büro und Direktor hat. Da kann der Becker noch so rufen. Ich kehre mich einfach auf die andere Seite. Und wenn man jemanden rufen will, dann rufe ich. Seid doch einmal still. Ich möchte mal am Montagmorgen weiter schlafen als flammenden helfetischen Protest. Ich krieg jetzt einfach noch nicht aus den Federn raus. Um die Zeit gehört der Basler noch ins Nest. Hans! Oh nein! Hans! 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 Hans!